Haariges und hektisches Ende eines Ausflugs. Hier jagen Schafe Spaziergänger von der Wiese. Offenbar hat die Mini-Schafsherde keine Lust auf den menschlichen Besuch. Deshalb wird das Paar einfach vertrieben. Die Frau gerät in Panik, scheint Todesangst zu haben. Im Gegensatz zu ihrem Partner, der amüsiert mit der Kamera drauf. Zum Glück können die beiden aber den wütenden Schafen entkommen und davonrennen.